Vielfältig, collaborativ, stimulierend, herzlich. Datenschutz ist eigentlich Persönlichkeitsrechte-Schutz. Und das ist schon wieder cooler. Ich liebe die Wahl und die Technologie. Und hier habe ich die Chance, die beide zusammenzubringen. Unser Ansatz ist, dass wir das verständlich machen wollen, weil ansonsten schaltet der Kunde relativ schnell ab. Wenn man einfach mal nicht weiter weiß, braucht man noch eine zweite Meinung, dann läuft man einfach nebenan ins Büro, klopft da. Nein, die Bürotüren sind natürlich nicht zu. Das unterscheidet vielleicht auch uns von anderen Unternehmen in ähnlichen Bereichen. Dass das wirklich so funktioniert und so gelebt wird, das habe ich noch nie erlebt. Wir betreuen auch internationale Kunden. 80% macht man doch in Deutsch und so 20% vielleicht in Englisch, ja. Das ist echt ein heel multikulturelles Team. Volgens mij grüht das Team alleen maar meer. Und ze suchen echt Menschen, die juist von overal kommen. So, it's a wide variety of clients and it's never boring, that's for sure. Also, ich hatte noch keinmal morgens das Gefühl, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen und ins Büro zu fahren. Noch nicht mal an einem Montag. I work for the DSN Group in a part-time position and I have little kids. I work two days from home and two days in the office. I love it. Es ist nicht freundschaftlich, aber es ist auch mehr als kollegial. Irgendwie fehlt mir das Zwischenwort dafür. Ja, Kuhlegialität, ja, so kann man es nennen. Genau. Diese Firma hält mich jung. It's like a family. Ich freue mich. Vielen Dank.